Hi und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute soll es um meinen Bücherwagen gehen, den ich mir neu gekauft habe. Und zwar habe ich das natürlich schon bei vielen anderen Booktalkern und auch Bookstagrammern gesehen, dass die so einen mega schönen Bücherwagen haben. Ich finde, das sieht nicht nur ästhetisch aus, es ist auch total praktisch, weil man ja diesen Wagen hat, der natürlich auf Rollen ist, der also total mobil ist. Man kann ihn überall hinschieben. Dann nimmt man sich ein Buch raus. Im besten Fall ist das natürlich der Stapel ungelesener Bücher. Das finde ich persönlich am praktischsten. Und dann nimmt man sich das Buch, liest es und danach sortiert man es in das Bücherregal ein, so wie es dann endgültig auch stehen soll. Und ja, deswegen habe ich mir irgendwann überlegt, so ein Bücherwagen ist ganz schön cool. Und nach Weihnachten ist mein Bücherregal sowieso aus allen Nähten geplatzt. Und deswegen, hier seht ihr ihn einmal im Hintergrund, habe ich mir jetzt auch einen Bücherwagen zugelegt. Ich habe euch mitgenommen zu Ikea. Als allererstes habe ich mir den Bücherwagen genauer angeguckt und habe dann geguckt, ob mir die Maße passen, ob ich das Gefühl habe, wenn ich mich daneben setze, um mein Video zu drehen, dass ich gut an die Bücher rankomme. Und das hat mir alles zugesagt. Also habe ich mir den ganz normalen, schlichte, weißen, großen Teewagen von Ikea gekauft. Und ich habe ihn dann auch aufgebaut, was erstaunlich leicht war. Also ich tue mich manchmal so ein bisschen schwer mit so Gebrauchsanweisungen. Ich bin dann eher so ein Learning-by-Doing-Typ und fange einfach erst mal an. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Aber das Einräumen war natürlich das Coolste. Ich habe mich letztendlich dazu entschlossen, dass ich nicht alle Bücher, die eigentlich auf meinem Sub sind, auch wirklich in diesen Teewagen einräume. Ich habe mich dann dazu entschlossen, dass ich keine Reihen trenne, die sowieso in meinem Bücherregal drin sind. Denn wenn ich Reihen trennen müsste, denn ich weiß nicht, irgendwie tut mir das so ein bisschen weh. Ich mag das nicht, wenn da so eine Lücke in der Reihe ist. Also das mache ich nicht. Ich kann mir ja auch ungefähr merken, welche Reihen ich begonnen habe, bei welchem Band ich gerade bin. Sondern ich habe wirklich nur Einzelbände oder ganze vollständige Reihen in diesen Bücherwagen einsortiert. Und jetzt würde ich sagen, hole ich euch mal runter auf den Boden und dann gucken wir uns den Bücherwagen mal von nahem an. Und dann soll es natürlich auch um meine Bücher auf dem Sub gehen. Also, dass ich euch ein bisschen was über die Bücher erzähle, die ich demnächst lesen möchte. Also, ich hole euch mal runter und ich würde sagen, wir legen los. Mein Bücherwagen ist dann drei verschiedene Etagen unterteilt, in denen sich auch jeweils komplett andere Bücher befinden. Es ist so, dass ich immer in der ersten Etage, also hier ganz oben, die Bücher stehen habe, die ich euch in einem YouTube-Video oder auch in einem TikTok zeigen möchte. Das heißt, ich greife dann einfach da oben rein, nehme sie mir raus, zeige sie in die Kamera. Denn früher hatte ich wirklich so einen Bücherstapel auf meinem Schoß. Und wenn dann ein Buch ins Rutschen kam, sind manchmal drei, vier Stück runtergefallen. Und dann gab es richtig hässliche Knicke und es tut meinem Bücherliebendenherz so ein bisschen weh. Und deswegen freue ich mich drüber, dass ich die jetzt hier oben haben kann. Dann greife ich danach, zeige sie in die Kamera und es geht den Büchern nach wie vor gut. Das erste Buch, über das ich gerne sprechen möchte, ist King of Pride von Anna Huang. Das gehört zu den Büchern, die hier ganz oben in der obersten Etage stehen. Und es ist auch mein Current Read. Das heißt, im Lesemonat werdet ihr dann nochmal meine ausführliche Meinung über das Buch hören. Ich bin jetzt gerade bei der Hälfte, bei ungefähr 250 Seiten. Und hier geht es um Isabella und um Kai. Und Kai ist der Erbe eines Multimillionen-Dollar-Unternehmens. Und sie arbeitet als Barkeeperin in einem exklusiven Club. Die beiden dürfen absolut nicht zusammen sein, aber die Anziehung zwischen ihnen ist sehr, sehr stark. Und ja, was dann passiert, müsst ihr selber herausfinden. Ich muss sagen, der Anfang, der war so ein bisschen zäh. Aber jetzt im Mittelteil werde ich richtig warm mit den Protagonisten und auch mit der ganzen Story. Ich habe mich damals dazu entschieden, die Twisted-Reihe von Anna Huang ganz bewusst nicht zu lesen, denn ich habe sehr zwiegespaltene Meinungen zu der Reihe gehört. Aber ich habe auch gehört, das hat mir nämlich eine Zuschauerin geschrieben, dass es irgendwelche Ähnlichkeiten und Überlappungen gäbe mit diesen Büchern. Deswegen sage ich das jetzt mal vorweg. Irgendjemand von euch weiß bestimmt Bescheid, dann schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Für all die anderen, die sich überlegen, King of Pride zu lesen oder ja, noch nicht wissen, ob sie die Twisted-Reihe vorher lesen oder eben nicht. Ich habe mich, wie gesagt, dagegen entschieden und ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Geschichte. Ich habe nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben. Und im Lesemonat werde ich euch da nochmal ganz ausführlich berichten. Dann befinden sich im obersten Fach ein paar Taschenbücher. Das hat was damit zu tun, dass ich diese Bücher auch gerne in Videos zeigen wollte, beziehungsweise auch in TikToks und zwar einmal 5 Sommer mit dir. Das Buch soll eine ganz tolle Atmosphäre haben, ist auch eine Liebesgeschichte. Dann Daisy Jones and the Six, das ist von Taylor Jenkins Reid und dazu gibt es auch eine Serie bei Amazon Prime, die ich sehr mochte. Es geht hier, wie gesagt, um Daisy. Daisy möchte gerne Musikerin sein und sie gibt echt alles dafür. Und dann findet sie The Six, eine Band und der Liedsänger. Ja, und sie geraten so ein bisschen aneinander. Sie können nicht mit und nicht ohne einander. Ja, das Buch ist so in Interviewform geschrieben. Ich bin schon sehr gespannt auf diese andere Schreibweise, aber die Serie mochte ich eben sehr gerne. Und auch Die Sieben Männer der Evelyn Hugo habe ich ja angefangen zu lesen und der Schreibstil war toll. Also ich hoffe, dass mich das Buch sehr überzeugen wird. Dann steht da oben noch Throne of Glass, weil ich das unbedingt als nächstes lesen wollte. Ich habe aber noch ein paar Rezensionsexemplare, die natürlich dann den Vortritt haben. Ja, ich habe das Buch zu Weihnachten bekommen und ich habe mir gedacht, jetzt wird es endlich mal gelesen. Und das letzte Buch, was hier in der obersten Etage steht, ist Unlocking the Universe von Stephen und Lucy Hawking. Stephen Hawking ist der bekannter Astrophysiker. Vielleicht habt ihr seinen Namen schon mal gehört. Das Buch ist auch auf Englisch, aber ich habe schon reingelesen. Es ist sehr gut verständlich und ich werde wahrscheinlich nur ein paar Fachbegriffe googeln müssen. Auf jeden Fall finde ich dieses Cover super, super schön. Ich liebe das total. Es macht einfach irgendwie gute Laune. Und ich habe es noch nicht geschafft, das Buch einzusortieren. Deswegen steht es hier oben. Aber das werde ich auf jeden Fall noch machen. Das kommt zu meinen englischsprachigen Büchern. Weiter geht es dann mit der zweiten Etage. Und da beginnen wir mit Fantasy. Und zwar steht dort Wicca Creed. Ich fand es einfach super schön, das Buch da stehen zu haben, weil ich finde, dass es so mystisch aussieht mit dieser Kunstpflanze, wenn dieser so leicht drüber hängt. Und deswegen habe ich mir diesen Ort für das Buch überlegt. Ich möchte auf jeden Fall die Reihe lesen. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Die nächsten Bücher auf meinem Sub sind Das irrationale Vorkommnis der Liebe, In Case We Trust und Sandover Prep von L. Kennedy. Hier geht es um ein Internat. Ich hoffe, es gibt Beschloss Einstein-Vibes, denn es geht um einen Typen, der auf ein Internat muss und dort überhaupt nicht hin möchte. Doch dann lernt er die Tochter des Direktors kennen. Sie ist natürlich strengstens verboten. Man kennt es, aber er kann auch nicht so wirklich die Finger von ihr lassen. Und die Anziehung ist auf jeden Fall da. Ich hoffe, das Buch wird mir so ein bisschen Schloss Einstein-Vibes geben. Es ist ja immer so bei Internatsgeschichten. Erst wollen sie irgendwie nicht dorthin, dann setzen sie alles da dran, dort weg zu können. Und dann, wenn sie weg müssen, dann haben sie Freunde gefunden und wollen dort bleiben. Ich hoffe, dass mich die Geschichte auf jeden Fall auch noch überraschen wird, denn ich mag ja eigentlich A. Kennedys Geschichten sehr gerne. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Und das Buch hier gehört auch zu meinen Top Ten, die ich unbedingt demnächst lesen möchte. Dann stehen hier noch Skogen Dynasty, Songs of Emerald Hills, das spielt in Irland, was ich total cool finde. Der zweite Band von All In. Ich kann euch die Reihe nur empfehlen. Das ist super poetisch, es ist romantisch und emotional. Und ich wette mit euch, ihr werdet auch zu Tränen gerührt sein. Also bei mir war das auf jeden Fall so. Es hat mich emotional total berührt. Und auch wenn ich wirklich beim Lesen eigentlich nicht weine, ist es so gewesen, dass ich wirklich so ein bisschen Tränen in den Augen hatte. Und ich habe so ein bisschen gespürt, es war auf jeden Fall ein unfassbares Erlebnis, den ersten Band zu lesen. Deswegen freue ich mich riesig auf den zweiten. Weiter geht es mit This is our time. Wie die Ruhe vor dem Sturm in dieser wunderschönen Luxus-Ausgabe oder Special Edition. Und eine Frage der Chemie, ein sehr feministischer Roman. Ganz unten steht ein Leseprobenbuch für den One Verlag, denn dort bin ich ja Blogger-Partin. Ich freue mich schon sehr reinzulesen und herauszufinden, welche Bücher so in diesem Jahr neu bei One erscheinen werden. Dann stehen hier noch zwei weitere Bücher aus dem One Verlag. Einmal wie Wellen im Sturm und dann noch wie Melodien im Wind von Alicia Zett. Die Autorin ist sehr bekannt für ihre diversen Bücher. Also wenn euch diverse Jugendromane sehr interessieren, dann schaut da gern vorbei. Auch im unteren Regal, also bei den Jugendbüchern, steht Cast in Firelight und Cinder und Ella. Im Lesemonat Februar werdet ihr außerdem All the Right Reasons nochmal sehen. Hier geht es um Cara, die sich über ihren Vater, der die Familie im Stich gelassen hat, auslässt. Sie geht, obwohl sie das eigentlich nicht möchte, viral. Und dann wird ihre Mutter zu einer Art Datingshow eingeladen. Und Cara, ja, verliebt sich dann in einen Jungen. Sie können aber nicht zusammen sein, weil sie von den Kameras auf Schritt und Tritt verfolgt werden. Also ich freue mich auch schon sehr auf diese Geschichte. Es ist wieder ein Jugendbuch. Im Dezember durfte dann bei mir Kein Ort dieser Welt von Marie Döling einziehen. Das ist ein sehr, ich würde sagen, poetisches Jugendbuch. Es geht hier um sehr wichtige Themen. Es geht darum, dass jeder ein Wort in einem hinterlässt oder auch einen Eindruck, dass jeder Mensch ein Gedankenanstoß sein kann. Und ich finde dieses Buch hier sehr, sehr tiefgründig. Es ist ein Self-Publishing-Buch und ich finde, dass man Self-Publisher auch auf jeden Fall mehr unterstützen muss. Und dementsprechend habe ich mir das Buch bestellt. Das geht auch vor allem, glaube ich, über die Website der Autorin. Dann kann man auch eine Signatur bekommen und auch so einen wunderschönen Farbschnitt. Also da habe ich echt Glück gehabt, denn der ist wirklich super, super schön. Außerdem steht hier unten Bleib bei mir, Sam. Da geht es um eine Jugendliche, die eigentlich ja alles hatte. Sie hat sich ja auch ihre Zukunft schon perfekt ausgemalt gehabt und sah mit ihrem Freund Sam. Doch dann verstirbt Sam und sie versucht, ihn anzurufen und er nimmt ab. Und das ist so ein bisschen der Hook an der Story. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Ich hoffe so ein bisschen, dass es nicht unrealistisch wird und dass sie durch diese Telefonate mit Sam irgendwie wieder ins Leben findet und dass es nicht irgendwie so ein Plot-Twist ist, von wegen, sie hat alles geträumt. Aber das glaube ich nicht, weil es in der Jugendliteratur meistens sehr realistisch ist und es irgendwie um das Verarbeiten von Dingen geht. Das vorletzte Buch ist Du bist das Licht in meiner Welt von Emily Stopp. Das habe ich auch mal geschenkt bekommen und ich finde, dieser Blauton ist super, super schön und es hat irgendwie auch was total Beruhigendes an sich. Das letzte Buch an meinem Bücherwagen ist Staying was the hardest part und es gehört definitiv auch zu meinen Top Ten Büchern, die ich unbedingt demnächst lesen möchte. Ich sage das schon so lange. Eigentlich wollte ich es sogar schon vor der Buchmesse gelesen haben. Aber irgendwie kommt dann manchmal alles anders. Hier geht es auf jeden Fall sehr viel um Mental Health. Es geht aber auch um Flucht. Also es geht um sehr, sehr tiefgreifende Themen, die aber auf eine tolle Weise angesprochen werden sollen. Ich habe mit Rabia eine Podcast-Folge aufgenommen und ja, dementsprechend habe ich schon so eine kleine Vorahnung, wie sie das beschrieben hat. Ich habe auch früher ihre Geschichten auf Webpad gelesen. Es geht um Mental Health. Rabia studiert ja selbst auch Psychologie, also sie hat da ganz sicher so ein paar Dinge einfließen lassen. In dieser Geschichte geht es um eine junge Frau. Sie hat Mutismus, also sie spricht nicht mehr. Und es geht um einen Medizinstudenten, der ganz viel leid und es geht hier um Flucht und Verlust steht hier. Das hat er erfahren und die beiden helfen einander und bauen sich gegenseitig auf. Ich bin sehr gespannt auf diese Geschichte. Jetzt würde mich sehr interessieren, habt ihr einen Bücherwagen? Möchtet ihr euch einen Bücherwagen zulegen? Welche Bücher wollt ihr als nächstes lesen? Und kennt ihr die Bücher schon, die ich heute vorgestellt habe? Schreibt es in die Kommentare und dann können wir uns ein kleines bisschen austauschen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und das war auch schon mein Video zu meinem Bücherwagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn dem so ist. Schreibt mir einen Kommentar, dann bleiben wir ein bisschen im Austausch. Abonniert gerne auch meinen Kanal und folgt mir auch super gerne auf Instagram oder auf TikTok, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut und bis dann!